Mein Name ist Michael Veit. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer der Firma Veitec Maschinenbau. Wir fertigen CNC-Dreh- und Frästeile in Lohnfertigung von einfachsten Teilen bis hochkomplexen Bearbeitungsteilen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2000 und mittlerweile haben wir 30 Mitarbeitern an zwei Standorten in Hemau und in Sauerlach bei München. Unsere Kunden sind im Bereich Medizintechnik, Süßwarenindustrie, Maschinenanlagenbau und allgemeiner Maschinenbau angesiedelt. Unsere erste 3-Achs-Hurko-Maschine haben wir im Jahr 2006 angeschafft und die erste 5-Achs-Maschine kam dann 2015. Für uns ist wichtig, dass wir einen Hersteller im Haus haben, mit dem wir gut zusammenarbeiten können, damit alle Mitarbeiter untereinander an den Maschinen arbeiten können. Hurko ist eine bekannte, eine gute Steuerung und deswegen passt das bei uns ganz gut ins Konzept. Wir haben 2006 in die erste gebrauchte Hurko-Maschine investiert und wie man sehen kann, die Halle ist voll, hat sich seit 2006 viel entwickelt und wir sind hoch zufrieden mit Hurko. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.